Hallo, ich bin der Walter Makono und ich habe bei dem Folgenreiter Verlag Giveaway die SEVILA KG6000EQ gewonnen. Und ich werde sie jetzt einmal kurz unboxen, eine kleine Backstory zu dem ganzen geben und mich auch ein bisschen vorstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, das gerade eben war meine letzte Single. Also zu dem ganzen Giveaway gibt es eigentlich eine ziemlich coole Backstory. Ich war auf dem Gitarre-Summit hier. Ich habe einfach mal nach klassischen Gitarren gesucht, weil vor ein paar Jahren hat DHL meine eigene klassische Gitarre bei einem von Sport komplett in zwei Zeristen. Ja, die wurde zwar repariert, aber die klingt nicht mehr so wie damals und ich dachte mir, okay, dann muss ich mir mal eine andere finden. Und ich habe auch immer rumgeschaut, ich habe ein paar probiert, die war ganz cool und dann habe ich die gesehen. Ich dachte mir, ja, ich probiere die mal aus. Und ich dachte mir sowieso eigentlich, dass die unnormal geil ist. Die hat einen richtig breiten, lauten, richtig reichen Klang quasi. Ich war eigentlich so kurz davor, sie zu kaufen am nächsten Tag. Aber ich bin halt nicht mehr nach Malheim gekommen. Dann hat mich ein Kumpel angeschrieben, der so, ja, eigentlich schau mal, die machen da im Giveaway irgendwas mit der Gitarre-Summit. Und ich dachte mir, oh wait, ich habe mich ja tatsächlich dort filmen lassen mit der Gitarre. Und dann habe ich das Video hochgeladen, wie ich da irgendwas gespielt habe. Jetzt sind wir da. Ich bin der Walter Willkong und mein EP Garden of Eden ist überall für Spotify, Apple Music etc. mit dem Zeitungssong, der auch Garnet Eden heißt. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen.